Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part der PLP-WG. Vielleicht wundert ihr euch hier über den ein bisschen merkwürdigen Blickwinkel zum Start ins Let's Play und das liegt einfach nur daran, dass ich ein kleines bisschen etwas gebaut habe, damit wir mehr Geld bekommen. Und zwar, tadaa, das hässlichste Gewächshaus der Welt. Wie kann ich schneller voran? Ich gehe jetzt einfach aus dem Kameramodus raus und zeige euch das so. Ja, das ist wirklich nichts Schönes und hier sehe ich auch gerade, ist das ein kleines bisschen merkwürdig hier. Das muss ich noch ändern, ganz kurz. Auf jeden Fall ist das hier das winzige Gewächshaus. Ich hoffe, wir kommen überall hin. Ansonsten muss ich die großen Töpfe hier, die großen Töpfe vielleicht ein bisschen zur Seite schieben. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Hier sind kleine Töpfe mit den ganzen Pflanzen, die im Winter nicht wachsen. Hier die anderen Pflanzen. Ich musste ein bisschen ausdünnen, aber ich denke mal, das wird trotzdem noch reichen. Dann sind hier die Bäume. Hier sind die winterharten Pflanzen. Und dann gibt es auch noch einen Blumenbindentisch, denn damit kann man auch richtig fett Kohle machen, wenn man das perfektioniert. Ich glaube, ich stelle das schon gleich um hier. So rum. Hä? So rum? Genau. Vielleicht lieber so. Und dann hier noch genau das Gleiche. Da könnten wir theoretisch da noch einen Topf hinstellen. Das muss ich gleich mal gucken. Mist, da hätte ich die Petersilie nicht verkaufen müssen. Kann man die klonen? Nee, geht nicht. Mist. Na gut. Dann, ähm, das wollte ich nicht. Ich wollte hier den Topf klonen. Der kommt dann mal hier hin. Oder wir könnten schauen, dass wir die Bienen hier hin machen. Aber jetzt Bienen zu kaufen ist so ziemlich das Sinnloseste überhaupt, weil die sind über den Winter inaktiv. So, dann mache ich dir die, ähm, die Wand wieder runter. Und dann würde ich auch sagen, springen wir mal ganz schnell wieder ins Spiel zurück. Luca geht jetzt zur Arbeit. Winnie macht seine freiberufliche Arbeit hier fertig. Er möchte eine Gruppenversammlung einberufen. Du hast ja immer noch die Tanzfläche. Ähm, okay, dann, was machen wir denn dann mal danach mit dir? Wir könnten mal schauen, dass wir einfach mit dir ein bisschen Gitarre spielen. So, zum Spaß klimpern. Ja, das ist doch ganz nett hier, wenn du fertig bist mit deiner freiberuflichen Arbeit. Ein neuer Fisch wurde gefangen. Das ist sehr schön. Und du bist jetzt hier fertig und hast 158 Simoleons verdient. Und dann übst du erst mal deine Rede hier am Spiegel. Das wünschst du dir ja. Und ich muss mich kurz kratzen an meinem Ohr. Das juckt gerade. Mira hat einen Buntbarsch gefangen. Das ist schön. Ich hatte so meine Bedenken. Ich hatte meine Bedenken, so eine wichtige Arbeit von einem Freiberufler erledigen zu lassen. Aber du hast erstklassige Arbeit geleistet. Besten Dank. Das ist super. Ich würde sagen, wenn wir hier ein bisschen die Charisma-Fähigkeit aufgelevelt haben, dann können wir eigentlich auch gerade noch hacken. Oh, wir können uns jetzt Arbeitsleistung hacken. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch runtergehen kann. Aber ich frage mich gerade, haben wir irgendwas zu verlieren? Nein, wir sind nur durchschnittlich gerade, weil wir ja erstens, letztens, ähm... Ach, wir können jetzt hier auch noch Sachen recherchieren. Erweiterte Spielstrategien recherchieren. Das machst du mal. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier nach der Simpedia nochmal. Und dann hacken wir, hacken wir hier uns mal in Landgrab Systems ein. Ja, das können wir mal machen. Keine Ahnung, was das, was das bedeuten soll. Und, ähm, du bist hier gerade am Angeln noch. Du kannst jetzt dann auch demnächst mal damit aufhören. Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Sani ist zurück aus der Arbeit. Du gehst jetzt erst mal duschen. Genau. Dich, äh, du gehst mal hier weg. Du gehst wieder nach Hause. Und du kannst jetzt mal aufhören, hier eine Rede zu üben. Und, ähm, du hast heute 304 Simoleons mit nach Hause gebracht. Das ist super. Sani, dann würde ich sagen, wenn du dich hier nicht mehr unwohl weiterfühlst, wenn du hier fertig geduscht hast, beschämt. Warum das denn? Bei der Arbeit beschämt. Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor all seinen Kollegen zum Gespött zu machen. Oh nein. Wir bräuchten vielleicht wirklich ein Tagebuch. Oder kann man hier vielleicht im Web irgendwie über Gefühle bloggen? Das machst du dann mal. Falls du, ach nee, du wirst dann wahrscheinlich energiegeladen durch die ganzen, ähm, Dinge. Dann nimmst du dir hier einfach gerade Reste vom Caprese-Salat. Schaust dann einfach ein bisschen fern hier. Ähm, Kanal schauen. Was könnten wir denn mal anschauen? Kaminkanal. Das ist ja cool. Dann schauen wir den mal an. Was machst du jetzt hier? Du, ähm, ah ja, genau. Du hattest hier gerade, du aktualisierst deinen Status. Wir haben jetzt 540 Follower. Das ist sehr gut. Dann teilst du ein Bild. Das Bild passt einfach perfekt zur Stimmung. 25 Follower, das heißt 565 haben wir heute. Und dann machst du mal hier deinen ersten Blumenbindenstrauß. Da mache ich mal ein Foto von. Richtig schön hier. Hallo, jetzt hast du die Blume abgeschnitten. Das ist natürlich nicht ganz so gut hier. So, da ein Foto. Oh, ich sehe gerade, das zeigt hier das falsche Dach an. Hm. Das ist ja... Ach nee, das zeigt nicht das falsche Dach an. Das ist schon richtig so. Dann mache ich mal hier noch... Oh, jetzt sind die alle schon gewachsen. Das ist wunderschön. Dann kriegen wir vielleicht schon am nächsten Tag hier ein bisschen Gewächs. Das wäre super. Dann zoome ich mal hier so ein bisschen raus. Und so, damit man hier sieht das Gewächshaus. Und ja, dann... Schaust du hier gerade fern, Sanni? Wow, ich lache mich auch immer total schlapp, wenn ich den Kamin sehe. Okay, das ist aber eine witzige Idee. Was hast du hier? Ich spüre die Hitze, aber positiv. Das ist gut. Beginn ein neues Buch zu schreiben. Das machen wir danach, genau. Das werde ich mal hier eindingseln. Was ist das hier für ein Wunsch? Pool von mindestens 1x1. Nein, werden wir nicht kaufen. Multiplayerspiel auf der Videokonsole gewinnen. Das werde ich dir auch mal hier eindingseln. Dann... Ach, hätte ich mit dir nachdenklich duschen sollen. Naja, dann durchsuchst du mal eben die Kunst und schreibst dann ein neues Buch. Und ich würde sagen, du schreibst dann nochmal ein Drehbuch. Und ja, du bist hier am Pflankblumen binden. Das mache ich auch mal schneller. Ah, du bist fertig. Okay, wie viel ist das Ding wert? Schlecht. Qualität schlecht. Okay, und wie viel ist das jetzt dann wert? 6 Simoleons. Wow. Mensch, das ist ja so unglaublich viel. Das packe ich mal noch in den Kühlschrank. Das in den Kühlschrank. Ach so, und wir müssen mit dir natürlich inspiriert sein, um das besser zu machen. Ich glaube, das probieren wir auch gleich mal aus hier. So, dann gehst du einfach mal hier nachdenklich duschen. Und danach machst du hier mal nochmal ein Arrangement. Und zwar vielleicht... Oh, wir haben keine Glottenblumen mehr. Mist, die hätte ich nicht verkaufen sollen. Dann machst du einfach mal weiße Chrysanthemen. Ja, warum nicht? Das klingt doch ganz gut. Du hackst hier gerade. Du bist hier am Hacken. Es ist erst 19 Uhr und du hast noch volle Energie. Warum ist das so krass bei dir gerade? Dann würde ich sagen, übst du mal einfach so ein bisschen Gitarre. Stimmt, das ist jetzt verloren gegangen. Du schreibst dann gleich ein Buch. Warum? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, es geschah in der Mittagspause. Nein, jetzt habe ich natürlich den anderen Fan-Fiction-Titel vergessen. Ich denke mir jetzt einfach mal wieder was aus hier. Mir fällt gerade dummerweise nichts ein. Meine Güte. Irgendwas mit Rob Stark oder mit Ramsey Bolton. Ähm, vielleicht einfach mal Ramsey und Rob. So, ist mir egal. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Ähm, ja, deshalb mache ich das mal hier schneller. Du bist ziemlich zufrieden. Du bist jetzt hier nochmal am Blumenbinden. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Vor allem frierst du nicht eigentlich? Ähm, oh. Winnie hat sich, hat die Konten von Landgrab Systems gehackt und 233 Simoleons erhalten. Das ist super. Jetzt bist du konzentriert. Ja, Gitarre üben, das kannst du mal gerne machen. Ach so, du wolltest doch hier auch noch Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Dann lass mal das Gitarre üben, sondern lies hier das Logikbuch. Das ist vielleicht besser. Was haben wir hier? Oh, eine hübsche, einen hübschen Blumenstrauß. Äh, wir müssen auch unbedingt, wenn wir dann weiter damit kommen, ähm, müssen wir unbedingt die... Bist du jetzt schon fertig? Ah, ne, bist du noch nicht. Müssen wir unbedingt hier die, die Sachen aromatisieren. Ne, wie heißt das denn? Warte mal. Ne, aufräumen will ich das natürlich nicht. Äh, so, jetzt müsste es fertig sein. Genau, wie sieht denn das hier aus? Sehr hübsch. Weiße Chrysanthemen. Qualität normal. Okay. Hier, oh, 60 Simoleons. Das ist gut. Hier, parfümieren mit. Ah, ja, genau. Das geht aber erst ab Blumenbinden. Fähigkeit 3. 60 Simoleons. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier noch irgendeine Vase hinzufügen. Ähm, vielleicht mal einfach eine pinke Vase hinzufügen. Wir sehen leider gar nicht so viel. Dann würde ich aber sagen, verkaufen wir das mal und gehen dann mal lieber rein. 60 Simoleons, das ist ziemlich gut. Und jetzt haben wir hier wieder irgendeinen Freak. Äh, es wäre sehr schön, wenn du auch jetzt hier hingehen würdest, damit du nicht mehr frieren müsstest. Genau. Das ist natürlich echt doof, dass wir das Blumenbinden-Ding draußen haben. Wie viele Chrysanthemen haben wir denn jetzt noch? Drei. Das heißt, wir könnten nochmal so eine Chrysantheme machen. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Ich frage mich, ersetzt man das dann oder kommt das hinzu? Das weiß ich nämlich nicht so genau. Äh, vielleicht können wir hier mal die Dusche verbessern. Selbstreinigende Wandbeschichtung auftragen. Das klingt doch ganz gut. Ähm, dann machen wir das doch mal noch mit dir hier. Ähm, dann mache ich das hier auch wieder schneller. Der Vini liest hier sein Logikbuch, Sanni schreibt und Mira verbessert. Was für... Ach, Sanni ist schon fertig? Wow, das ist echt krass, wie schnell die Bücher rum sind. Ne, was machst du jetzt hier? Stopp. Böse gesinnt. Ach so, sie ist einfach so böse gesinnt. Okay, dann würde ich aber sagen, äh, verkaufst du das mal hier, Ramsey und Rob, an deinen Verlag. Was für eine Qualität hat denn das Buch? Ausgezeichnet. Ah, perfekt. Dann hast du hier schon das zweite ausgezeichnete Buch geschrieben. Und, ähm... Ah ja, drei Bücher hast du jetzt veröffentlicht. Okay, warum hat das denn gerade Null angezeigt? Das verstehe ich nicht so ganz. Dann gehst du mal hier aufs Klo und dann kannst du mal nochmal an einem Spielturnier teilnehmen. Ah, da war es Spielspielen hier. Spielspielen, bei Spielturnier mitmachen, bei Anfängerturnier mitmachen, bei Blickblock. Ja, warum nicht? Und du bist hier am Lesen. Warum liest du nicht weiter? Warum liest du das Buch nicht weiter? Habe ich hier den Explore-Mod hinzugefügt? Nein, habe ich nicht. Das ist, äh, nein, lass das. Lass das. Das ist nicht dein PC. Das gehört hier nicht hin. Du liest dann einfach mal nochmal hier das und setzt dich hier hin. Und ich mache die Musik an. Dann kannst du hier, ähm, ein bisschen Alternative-Musik hören. Das ist doch schön. Du bist hier am Reparieren, also am Verbessern. Und ja, dann kann ich ja mal gleich sehen, ob das dann ersetzt oder, ähm, extra hinzufügt. Ih, das Klo ist dreckig. Ähm, da bin ich natürlich gespannt. Das ist jetzt dann auch gleich fertig. Dann schauen wir mal. Ah ja, okay. Das, ähm, das macht beides besser. Das ist gut. Das ersetzt das nicht, sondern das gibt das hinzu. Das gibt das hinzu. Das klingt so komisch. Ähm, dann putzt du mal das Klo. Äh, nee, gehst aufs Klo. Und dann könntest du eigentlich mal hier noch... Luca wurde befördert zum Mixer. Wir haben ein Küchenwaschbecken bekommen. Okay. Dann könntest du mal hier einfach gerade noch dich schnell umziehen und nochmal so einen Chrysanthemenstrauß machen. Äh, Outfits. Ich will immer Kleidung ausziehen, Mensch. Das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte, sondern hier. Wir werden hier Arrangement anfertigen. Alle weiße Chrysanthemen. Luca, wie geht's dir so? Sehr gut. Dann würde ich sagen, kannst du mal hier... Was kann man denn mit verspielt gut machen? Online für guten Zweck spenden? Nö, das Geld haben wir gerade nicht. Wir könnten eher bespendet werden hier. Du könntest eigentlich mal... Was willst du hier tanzen? Radiosender Stadtgespräch hören. Dann wechsel den Sender zu Stadtgespräch und höre das bitte. Und dann kannst du ja eigentlich dazu auch einfach... Ach, zu Stadtgespräch kann man nicht tanzen? Oh, interessant, interessant. So, und dann sollten wir natürlich auch mit dir noch die Comedy-Fähigkeit dann verbessern können. Irgendwann. Das wäre sehr gut. Level 2 der Blumenbinden-Fähigkeit erreicht. Mira kann jetzt Arrangements mit Rosen, Löwenmölchen und Krokussen anfertigen. Das ist super, weil mit Löwenmölchen haben wir nämlich super viele Arrangements anzufertigen noch. Oh, das ist jetzt doof. Ich hoffe, du bleibst jetzt noch inspiriert, bis du das hier fertig gemacht hast. Du liest hier... Travis Scott. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Nee, aber wir könnten eigentlich danach mal hier... Oh ja, wir müssen mit dir noch mal dann schauen, wie das mit der Simda-Dating-App aussieht. und dann könnte Luca... Nein, nein! Das wollte ich nicht. Jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Wenn das aufgeploppt ist. Hier, ein spezielles Date. Was können wir uns denn da... Was gibt es denn da hier? Müssen wir mal gucken. Dann gucke ich mal ganz schnell hier. Du könntest mal kurz das Klo putzen und dann eigentlich dann auch da drauf gehen. Und dann... Mal einfach noch ein bisschen hier spielen. Spielspielen... Ach, du kannst gerade mal noch bei einem Spielturnier mitmachen. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Geld. Hier, Winnie. Was für ein spezielles Date haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Tim Förster. Der hat, glaube ich, eine Frau. Oh, hier sind ganz schön viele angemeldet. Wow. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne einen Mann... Ach, hier ist sogar Winter Season. Ich wusste gar nicht, dass ich die hier... Doch stimmt, die habe ich hier platziert. Joffrey Landgrab, Nancy Landgrab, Malcolm Landgrab, Don Lothario, Johnny Schwarz. Die sind alle da angemeldet und wir können die alle nach einem Date fragen. Der sieht hier ganz nett aus. Der Dominik Kreuz. Aber ich will jetzt gerade... Das müssen wir uns mal merken hier mit dem. Haben wir den gerade zufällig in unseren Kontakten? Nee, können wir gerade mit dem chatten vielleicht? Wir können doch hier irgendwie Kontakte knüpfen. Sim da, Chatraum. Ah ja, perfekt. Dann können wir doch schon mal mit dem hier... Wo war der denn? Dominik Kreuz. Der sieht doch ganz süß aus. Dann muss ich keinen Sim erstellen. Denn bis ich das mal gemacht habe, kann das ja noch Jahrzehnte dauern, so ungefähr. Ach, sind wir jetzt immer noch inspiriert? Ah, okay. Wegen Merkmal Kreativ. Oh, wie viel ist das jetzt wert? Wieder 60 Simoleons. Dann fügen wir doch hier mal noch mal eine Vase hinzu. Machen hier einfach noch eine Party-Konfetti-Vase. Warum nicht? Und verkaufen das Ding dann. Und dann gehst du hier mal bitte schön Reste essen. Und dann... Was kannst du denn mal dann noch machen? Nimmst du dir jetzt mal... Warum... Warum bleiben die denn immer stehen und lassen das? Und ach so, wir sollten vielleicht die Deko mal abnehmen von außen hier. Denn das ist ja jetzt noch nicht so. Wie sieht es denn aus hier? Oh, in zwei Tagen ist schon das Winterfest. Da müssen wir dann hier irgendwie einen Weihnachtsbaum und Geschenke... Oh, Sunny ist Zweite geworden. Das ist auch sehr gut. Da müssen wir irgendwie Geschenke aufstellen. Nee, du sollst mal noch nicht schlafen gehen jetzt. Ja, naja, jetzt ist es zu spät. Ach so, du könntest gerade mal hier... Sag mal, Luca, kannst du vielleicht mal aufhören, zu diesem Stadtgespräch zuzuhören? Ey, das ist ja ganz merkwürdig hier. Dann sei mal freundlich hier zu Mira. Und... Lernen sie mal kennen hier. Nee, das wird wahrscheinlich alles ewig dauern, bis du hier fertig bist. Ihr lernt euch hier kennen. Das ist sehr schön. Du könntest jetzt dann eigentlich auch demnächst mal einfach schon mal schlafen gehen. Sunny schläft jetzt einfach auch. Winnie noch nicht. Und Luca muss jetzt auch noch nicht unbedingt schlafen gehen. Aber das Spielturnier muss er vielleicht auch nicht machen. Der kann dann danach schlafen gehen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in einem neuen Video. Ich hoffe, euch gefällt das Gewächshaus. Und ihr findet die Idee gut, dass wir hier dann auch ein bisschen mehr Geld ansammeln können, um, ja, wie gesagt, dann das Streaminghaus schneller zu bekommen. Und ja, wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss! Tschüss!